Oh Jungs, das passiert wirklich! Zwei! Ja! Wie bei Air Berlin, raus! Wuuuuh! Die Titans kommen runter, Alter! Ich hab keine Schuhe an, das ist mir grad aufgefallen. Alle wollen die Schuhe landen, alle wollen die Schuhe landen, alle wollen die Schuhe landen. Ich bin in die Schuhe gelandet, Alter. Da ist gar keiner hier. Hier ist gar keiner, Alter. Irgendwie hat keiner Bock, ne? Ja Leute, schön, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Ja moin sie, ne? Oh, da finden wir direkt ne Waffe. Ja Leute, auf der Gamescom, wir haben ja seit der Gamescom nicht mehr gespielt hier. Gut, ähm, was präsentiert. Und zwar der erste Screenshot, oder neuer Screenshot der neuen Map. Oh ja, oh, der war sehr sexy. Ich glaub, Dennis und ich haben den zusammen gesehen. Und unsere Reaktionen, die waren einfach... Boah, Leute, ne? Das hab ich ja leider gesehen. Mein T-Shirt Contest war da. War einfach krass, Leute. War so krass, Alter. Ey, Schule ist komplett clear. Wir sind alle drüben gelandet, Alter. Ja, das ist ein Zeichen, Mann. Batterie ist auf jeden Fall Action, da ist ein Team gelandet, aber hier ist gerade nix, ey. Ich glaub, die haben sich alle in die Lose gemacht. Ich glaub, die haben sich alle in die Lose gemacht. Ey, dass ich direkt ein Reaktion-Video habe. Ey, wie hast du denn reagiert, Ben? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Ja. Boah, krass. Ich kann's mir genau vorstellen. Ne, aber das Bild sah schon krass aus. Es war halt ne fette Megastadt, ne? Ja. In der Wüste. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Also, ich hätte eher so erwartet, dass wirklich so richtig so wie, äh... Habe ich schon ein Auto? Auto? Aus dem Nordosten. Ja, da hinten. Ich baller mal auf. Ja, klar. Baller dann Auto weg, Benno. Wo... Wo sind die Bonze? Die sind nach Puy... Die sind nach Puyinkie oder wie das heißt, äh... Rostock. Rostock ist nicht weitergefahren. Hä, was soll er unten gucken? Der soll schon mal unten looten, dann... Mach ich doch. Hey, ich loote auch unten. Was ist mit dir, Benno, ey? Irgendwas nicht mit dir. Also, ich hab bisher nur ne Schrotflinter, kann ich mich auf jeden Fall wehren mit. Haben sie dir auf der Gamescom ins... Piep! Gepiept! Was ist mit dir? Der war wieder mal Burger King, Alter. Ich hab ne K98, Mann. Ja, geil, Mann. Dennis, ich will jetzt sehen, dass du schöne Headshots setzt, ja? Okay, Mann. Ey, das ist meine Helm. Ja, ich hab ihr schon einen, kannst du haben. Oh, geil, Benno. Sorry, Alter. Hallo, du bist... Oh, ich hatte ja auch schon einen auf, so. Hörst du, äh, SW? Das war ne K, ne K war das, ja. Okay, ich brauch die. Rennt so raus mit der Uzi, einfach auf die Straße. Alter, respect the boss spielt damit, Leute. Oh, fuck, Mann. Was ist denn das? Ich hab vor, Dr. Disrespect würde hier mitspielen, ey. Oh, shit, Alter. Wenn wir direkt Stream snipen, ne? Kennst du den? Ja, klar. Kennst du den nicht, Benno, oder was? Doch. Ich find das immer so cool, wie oft der manchmal... Der ist ja eher so ein bisschen aggressiver unterwegs bei PUBG, ne? Ja. Immer, wenn ihn jemand tötet oder so, stream snipen, stream snipen, stream snipen. Ja, echt? Jetzt sitzt er mit seinem dicken Schnauzer da, weiße, und dann so stream snipen, oder? Das ist doch geil, ne? Das ist doch normal. 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 Das ist doch mal ein Disrespect da. Ja, genau. Du sagst es dir. Oh, nice. Dennis, darf ich die mir nehmen, ey? Ich hab das ja noch nicht geguckt, aber ist der lustig? Nee. Weiß ich nicht. Ich hab den mal angehabt, so. Ist der lustig? Ist jetzt nicht so meins. Also, der macht halt relativ viel Entertainment, so. Ist halt cool, so, ne? Ja, Freilie! Muss, muss man halt, muss man halt für sein. Ja, schon nö, ne? Also, wenn man nicht dafür ist, dann ist man dafür. Ey, danke Dennis, dass du dich so beteiligst an dieser Diskussion. Das ist echt nett, ey. Leute, also, ich kann euch schon mal sagen, dass viele Menschen... Was ist jetzt los? ...bestimmt bei den Batteriehäusern gerade gelandet sind. Ja, ja, das haben wir gesehen. Das war auf jeden Fall ein Team, Dennis. Das hast du auf jeden Fall richtig beobachtet. Ich bin da gerade am rüberspingsen, ich sehe aber nicht, dass da die Türen geöffnet werden. Ich bin da am rüberspingsen. Oh, hier kommt, glaub ich, ein Auto angefahren, Leute. Ne, ist ein Flugzeug. Ja. Ja, okay. Okay, ich hab... Also, wir können uns einigen. Ich hab, glaub ich, keine Uzi... Äh, ich hab keine Waffe oder so. Ben, hast du noch irgendwie ne Waffe gesehen? Ich hab noch ne AK im Schwimmbad gesehen. Okay. Tobi, äh, Dennis, wann hast du? Ich hab ne M4 und ne K. Ja, geil. Das ist ja nett. Gut, dann kann ich mir die AKM ja nehmen, wenn die keiner will da, ne? Oder hast du die genommen, Benno? Ja, ich hab auch schon eine. Ja, gut. Kannst du mir vielleicht ein Magazin droppen da irgendwie so? Schwierig. Okay, dann nicht. Ich glaub hier unten eins, beim Autogang. Kannst du was droppen? Äh, schwierig. Ja, okay. Der macht da eben die Buchhaltung auf, Alter. Der sitzt da mit so'n Flipboard, weißt du, und hat so immer so... Danke, Benno. Das ist sehr nett von dir. Bronze Zwegern, Alter. Ohne Witz, ey. Bronze Zwegern. Ja, alles klar, Ben... Alter, was ist mit dem los, Junge? Der will aufräumen. Der ist heiß. Junge, der... Psst. Okay, komm. Ich hab 30 Schuss, ich sag das nur mal, ne? Ich geh zum Butter rüber. Alles klar, Alter. Oh Gott. Ja, Leute, ich muss es auch noch mal hier verkünden. Der Curry ist bald im Rheinischen Morgenblatt. Du bist doch fertig, Alter. Ne? Der Rheinische... 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 Rheinische Morgenblatt. Könnte in der Zeitung lesen, von Curry mit Interview. Keiner, wie das wirklich war. So. Ey, ist das Gamescom Video eigentlich jemals veröffentlicht worden, Alter? Was meinst du? Heart of Gaming, Alter? Ja, wir haben doch wahrscheinlich einiges zusammengeschnitten. Ja, eine kurze Szene, eben zwei Sekunden, der Rest ist alles Müll. Ja. Okay, sollen wir mal aufpassen jetzt gerade. Wir sind gerade im Chill-Modus. Ne, ist das jetzt Concentration? Okay, Mann, Ben. Ben ist drin, ich führe das schon, Alter. Ist gut. Leute, ich bin drüben. Seid ihr da? Ja, du bist im roten... Im roten Kasten bist du drin, ne? Ja. Alles klar. Ich hab halt nur ne Uzi. Ich kann nix machen, irgendwie. Äh, in den mittleren Häusern ist oben das Fenster, äh, die Tür auf. Okay, ist ja mal cool. Dann lass doch hier reingehen, Curry, in die Hütte hier. Ja, komm, lass mal fliehen, da, Benno, komm. In der Häusern ist auf jeden Fall irgendeiner, passt auf. Also links, da, dein Haus, äh, Osten, ist die Tür auch auf unten, Benno, ne? Und Dennis? Ja. Oh, da ist auf jeden Fall jemand drin. Ja, ja. Hier ist jemand drin. Komm, wir gehen rein, Curry, wir gehen hier rein. Warte doch auf mich. Okay, Dennis, ich warte, schnell. Der Vater kommt doch schon. Curry, jetzt kommt einer hier. Ja, warte, warte. Ich glaub nicht, dass die hier runter springen beim Dach und dann durch die Tür gehen. Das Haus hat kein Dach, oder? Doch, 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 doch. Komm rein. Wo? Wo? Wo wollen sie? Wir sind auf jeden Fall hier drin. Dann nehmen sie hier oben, oder so. Und jetzt? Ich wollt grad sagen, ich lass ne Kamera reinfahren, aber geht nicht. Ja, die sind oben, Jungs. Die sind über uns, ja. Sicher? Ja, ja. Wer hat ne shotgun, äh, geh mal vor bei uns, du hörst ne UMP. Oder ne UMP lieber, nimm die UMP lieber. Okay, sagst du unten? Mach Auto, Ben, ne? Mach Auto. Die haben grad unten die Tür zugemacht, äh, oben die Tür zugemacht, irgendwo. Okay, da oben ist das Fenster, Dennis. Alter, 1 Million Prozent Dach. Ja, glaub ich auch. Ja. Gehst du mal rechts, Ben, noch rein? Der ist unten, äh, mittlere, mittlere. Ist er auf dem Fenster, am Fenster, draußen, da. Da, draußen am Fenster ist der. Genau, da ist er. Draußen? Ja, ja, auf dieser mittleren, äh, mittleren Ebene. Die Curry? Alter. Ist alles am Längen, Alter. Leider keine Idee. Einen hab ich. Einen hab ich draußen gekillt. Das war der, der am Fenster war. Der ist oben noch hier drinnen, auf dem mittleren Gang, oben. Ja, ich hab die Treppe. Der ist immer noch oben. Ich hab noch einen. Der außen? Nice. Schnell, 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 ich brauch Zugriff. Ich glaub, der kriegt gleich Verstärkung. Wo ist der? Da, der liegt da, der liegt da. Rechts, Bronze, direkt rechts bei dir. Den musst du noch killen. Oh, der. Ich weißt du nicht, wo der ist. Hier, der. Hä, der ist doch hier. Ja, nice. Okay, das war nicht, das waren noch nicht alle. Ey, oben ist noch einer. Go, 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 Leute, oder? Oh, der? Oh, der ist noch nicht, wo der ist. Bei uns hat man das Zwischendach im Auge, dann geh ich hoch. Zwischendach? Okay. Kann man da rauf, oder was? Jaja, der ist ja irgendwie drauf gesprungen. Okay, Leute, wir haben das, wir haben das. Komm, ganz gechillt. Ruhig, ruhig, ruhig. Komm, wir auch mit rein. Mit hoch. Ja. Ist da noch oben einer, oder was? Einer muss hier noch sein. Ja, nicht, dass der gerade runtergejumpt ist und mich holen wollte. Das kann da auch sein, ne? Seid ihr im Nachbarhaus? Nee. So, ihr seid doch schon in der Bude hier, oder was? Ja, unter dir. Ist schon alles geklebt? Okay, dann geh ich jetzt aufm Dach gucken. Ich hab nur noch 15 Schuss, einer muss mir mitkommen. Ja. Bin aufm Dach. Ich hab das Dach, falls er runterjumpt, oder so. Hier oben ist nix. Hinter dir, Bonzo, aufpassen? Okay, dann passt auf. Nee, ist sauber. Aber, wie gesagt... Irgendeiner ist hier noch, hundertprozentig. Es waren zwei down, zwei down, auf jeden Fall. Hier wieder runter. Ey, hoffentlich haben die grüne Muni, ey. Habe ich hier. Oh, nice, man. Hast du gedroppt? Oh, nice. Danke, Bonzo. Sehr gut, die Jungs. Sehr guter Zugriff. Also, exzellente Arbeit. Da haben wir immer, als die die Blend gebrochen haben. Pass auf, Ben. Pass auf. Ja, das ist bei mir auch. Also, das ganz gefickst haben die das auch noch nicht. Wir sind noch drinnen. Wir sind noch drinnen. Wir sind noch drinnen. Aber ich denke mal, wir müssen leicht laufen. Aber das Ding ist, wo ist der andere? Wir müssen uns vielleicht mal ein bisschen aufteilen, leicht. Dass wir halt ein bisschen in... Habt ihr dich schon gelootet? In Dreierlinie. Ich hab mir nur seine Waffe genommen. Weil ich hatte noch keine. Also, außer die AKM. Der hatte leider keine AKM Muni. Ich will mal hier hinter die Wand gehen. Ach, hier ist noch Dings. Ich weiß halt nicht, wo der ist, dass das Ding... In meinem roten Haus? Mhm. Wo ist die Sau? Bundeshaus ist sauber. Okay, ich komm mal rein. Auto. Ja, das ist die Westen. Ja. Er ist gerade da oben lang, quasi. Okay, nice. Ja, der ist wahrscheinlich abgehauen. Hui! Ja, die Blindengranate. Ich hab... Ja, die Blindengranate. Vor allem, die haben die direkt rausgedroppt, ne? 5000 Stück irgendwie. Ja. Die ist eigentlich echt gut, ey. Oh, wir sind direkt am Rand. Ja, nice. Da müssen, wir müssen eigentlich nochmal durchgehen durch die Häuser, oder nicht? Ja, das Ding ist, es kann halt sein, dass sich da übelzart jetzt eine abkämpft, ne? Ja, eben. Einfach da in der Ecke hockt und so, dann hast du eigentlich fast keine Chance. Ne. Vor allem jetzt Third Person. Hat jemand, äh, Bronze, was hast du für eine Waffe? Hat jemand eine U, äh, MP? Ich hab ne, ich hab ne, ja, Bronze, die Bronze, die, der braucht die, der braucht die. Ich hab nichts mehr. Schon wieder ein Schalldämpfer, alles, der Junge, ey. Da. Ist da noch mal ein Loot drin, in der Bude? Komm mal her, Curry, der Bronze, hier, guck mal, ich lieg hin. Der Bronze hat hier nen Kompensator bei mir. Nicht doch hier draußen. Hab ich doch schon alles dahin. Wir lassen mal weitergehen. Ready? Ja, wo gehen wir denn hin? Ich würd sagen, wir sind hin. Oh nice, Mann. Curry, nimm mal. Hast du schon Schmerz? Ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Ja, go, go, go. Braucht noch jemand einen Griff? Hab. Danke. Ja, ich. Okay, hier. Was hast du für ne zweite auf dem Rücken? Ne AKM ist das. M4 steht bei mir ne gerade. Ich hab 30 Schuss AKM und halt irgendwie jetzt noch 60 für die, ähm, M4. Lass mal ganz kurz das kleine Ding da mitnehmen, weil da liegen immer Scopes. Und mit der Carven Scope natürlich ganz gut. Ich kann dir meinen Vierer geben. Ja, warte, halt erstmal fester. Halt erstmal. Halt erstmal fest. Vierer ist gut. Ja, okay. Auto immer noch. Südlich. Oh, der rennt da, der rennt da. Ja, äh, bei den Häusern. Ah, ist echt. Bei den Mittleren, komm. Geht von links rum. Ja. Aber der schießt zurück. Ich glaube, der ist nicht alleine. Ja, das kann ich glaube ich auch. Hab ihn einmal getroffen mit der... Ich geh von rechts ran. Ich hab ihn mit der Car getroffen einmal. Geht von links, Curry. Okay. Der in der Pfanne. Okay, er ist, er ist, er ist rechts, äh, bei Spiel, Spielplatz. Was heißt rechts bei Spielplatz? Äh, Curry, der muss direkt vor dir sein. Hab ihn, der ist da und 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 der ist da. Der tot gewesen, ne? Geht ihr mal looten, Leute? Geht ihr mal schnell looten, Leute? Ja, ich komm. Genau, vom Schule von Berg waren noch Schüsse, ja. Ne, Rostock ist das. Ja, ja, genau, ja. Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Hier direkt beim Laster, ah? Benno, wenn du mal gucken willst. Hier, 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 hier. Nice, das war, das war sein Teammate. Der rein ist dann tot, ne? Ja, ja, der war, das war, das war der letzte noch. Nice, Jungs, super gemacht. Haben wir jetzt ein Holo. Wie gesagt, ich kann einen Vierer noch abdrücken für die Car. Hier ist noch 90 Muni mit, nimm dir ja mit da, genau, AKM. Nehmen wir gerade, hier ist noch Erste Hilfe drinnen. Kannst du die split, kann die einer splitten? Wie viel hast du, Curry? Ne, bin voll gerade, warte mal. Was denn? Erste Hilfe, wie viel hast du? Ich habe, äh, zwei. Ne, hier sind vier insgesamt. Ich splitte die mal, warte mal. Ich kann den hier aufheben. Ja, auch nicht. Loll. Ich könnte es probieren, dann könnte ich die vielleicht splitten, weil ich hab... Ah, ich hab, ich hab, okay. Ich lege drei hin, ja? Hab drei hingelegt. Okay, nice. Go, go, go. Brauchst du auch noch welche, Curry? Okay, die splittergranaten? Ne, ne, ich brauch nichts mehr. Ich will nur gerade die splittergranate noch mitnehmen. Torey, hier liegen noch 47 Schuss für, äh... Jo, danke. Hab ich, nice, super. Torey, brauchst du nicht, äh, Erste Hilfe? Ich hab, ich hab schon zwei. Kannst du den vier geben, Torey? Ja, dann kannst du mir gleich noch, äh, einen geben. Ja, komm her. Oder zwei. Äh, hier, zack. Thank you so much, man. Torey. Jo, danke dir, Benno. Perfekt, okay. Machen wir go? Also von oben, vom Berg auf jeden Fall. Aufpassen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wollen wir hier vielleicht hinter den Häusern weiter? Ja. Oh, boah. So, das ist gefährlich hier, ey. Was? Aber gut gemacht bisher, Jungs. Gut gemacht. Hau dir mal gleich eine Annie rein, Allah. Vorsicht, in der Schule ist Action. Wir müssen eigentlich nur den Berg safen, oder? Ich sorge mich um dich, mein kleines Jüngchen. Guck gerade auf dem Berg, ich sehe aber nichts da. Da ist, keine Ahnung. Ja, lass doch mal irgendwie hoch dann hier links, oder so. Ja, lass uns mal hoch gehen, oder? Wollen wir hier rechts den Hügel hoch? Ja, genau. Nehmen die Bäume hier. Bis wir erstmal eine erhöhte Position haben, dann können wir uns vielleicht... Ja, Leute, eine kleine Situation. Der Bronz hat seinen YouTube-Kanal wieder. Ja, Mann, das ist... Allein das ist schon... Das ist schon ein Grund, hier glücklich durch die Folge zu gehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, da bin ich dafür, dass alle Leute, die jetzt mal gucken, den Bronz abonnieren, ne? So, jetzt... Kommt eh kein Content mehr, danke. Egal, trotzdem abonnieren. War's kein Content? Ich dachte, neuer Horrorfilm ist in Planung. Ja, das ist jetzt Sonder-Content mit Tower-Game. Eben, Alter, ist okay, ey. Ja, sorry, ey. Sorry, ey. Sorry, ey. Okay, ich hau mir mal eben in Energy rein. Ja, ja. Scheiße, Mann. Direkt im Wald, oder was? Junge, Mann. Kackst du hier. Was hast du denn nochmal gesagt, bronzst du da bei Game of Thrones? Im Feld da, Junge. Hau aus, komm. Du hast deine Möglichkeit, den Spruch nochmal viermal zu bringen, weil im Outlast... Ich hab schon Männer getroffen, die sind auf offenem Feld beim Scheißen gestorben. Boah, Alter, stehen wir vor, weil das für ein schlimmer Tod ist. Okay, wir können weiter. Ja, heftig, ne? Auf offenem Feld, vor allem. Gehst du richtig an Abdrücken, weißt du, hast du raus, die Wurst und dann kommt Blitz oder so, ey. Wollen wir Osten, Südosten weiterlaufen? Ja, Hund, ey. Ungefähr, dass wir noch ein bisschen in die Zone... Wir können ja hier vorne die Häuser erstmal mitnehmen, oder? Ja, sicher, freilie. Okay, Männer. Bisher gute Runde. Jetzt sind 15 noch am Leben. Okay. Bei den Kriegern. Von Grün. Also muss man hier noch künstlich geguckt haben. Lass sie mir stehen. Die Krieger von Grün. Oh. Oh. Zone, okay. Zone mäßig ist geil wieder, ne? Ja, ist ja nicht so weit. Ähm. Ja, müssen wir aber schon laufen. Wir haben hier wieder nix zum schützen, ey. Oh, hier ist alles schon auf, Leute. Ja. Ja, 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 ja. Kannst nicht weitergehen. Oh, das war von Norden, genau. Könnte da unten bei den Häusern sein. Aber, ne, glaube ich nicht. Dazwischen ungefähr. Ich mein, das kommt aus den Batteriehä... Ne, warte mal. Ne, ich müsste, glaube ich, dazwischen sein. Oh, Batteriehäuser aber auf jeden Fall auch. Das soll aber weitergehen, oder? Ja, ja. Wir müssen auf jeden Fall in die Zone. Da vorne ist, glaube ich, geradeaus, 105 ist, glaube ich, ein Dutch, ja. 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 Aber auf den Kopf. Auf den Kopf. Ja, ja. Ja, links ist das irgendwo. Oh, der Dutch Hülster liegt da echt nicht mehr. Aber warum nicht? Äh, wie kann man den denn da auf dem Kopf legen? Was haben die denn da gemacht? Ja, die sind halt über den Hubel oder so und dann haben die verkackt. Aber hier ist doch alles eben ehrlich. Du kennst doch diese kleinen Surprise Hubel, die da einfach an der Straße sind, ey. Die Surprise Hubel ist... Die Frage ist, wo gehen wir hin? Wollen wir da jetzt geradeaus weiterlaufen? Lass noch mal ein bisschen Action machen. Komm, wir holen uns die Schweinepriester. Ja, aber du musst schießen, Dennis, weil wir haben keine Visiere, ne? Du musst auf jeden Fall da irgendwie die Leute dann anballern. Wir machen die Platz jetzt alle einen nach dem anderen. Wir müssen uns langsam, langsam vortasten. Wir müssen jetzt gleich mal echt mal ein bisschen... Ja, wir müssen halt hinten auch safen. Das ist ganz wichtig. Das machen wir fast nie, ne? Guck mal, da ist unser Loot. Hör ihr das? Ja, das ist da dieser Hof, Dennis, weißt du? In der Mitte, in dieser kleinen Einbuchtung. Das hier? Da, wo wir mal eine Runde geholt haben. Da vorne, genau. Geradeaus, da fährt auch ein Buggy, 105 fährt ein Buggy, der rollt, eher gesagt. Aber was geht denn da ab? Ja, die ballern sich halt total weg. Und da ist auch eine fette Wumme. Ich glaube, eine SKS oder so, ist da irgendwie... Habt ihr schon Sicht auf irgendeinen? Ne? Ne, die sind halt da in dem Hubbel. Also in diesem Hof. Oh, da sind am Schuppen vorne, Close, Osten, rennen jetzt über die Straße. Ja. Einer rennt nach rechts. Zwei sind noch am Schuppen. Also einer ist nach rechts über die Straße gelaufen und zwei sind noch am Schuppen. Der ist unten, ne? Kriecht aber das? Okay, wir müssen hinter uns aufpassen, unbedingt, ne? Hab einen. Boah, ist schwierig. Naja, wenn nicht geht, geht nicht. Dann scheiß drauf. Dann können wir uns auf jeden Fall nach links wegziehen, auf jeden Fall ein bisschen. Weil rechts brauchen wir nicht laufen, weil da ist alles offen. Hab ihn wieder? Okay, ist ausgenockt. Nice. Töte den, töte den, wenn du kannst. Ich kann ihn nicht sehen, weil der Baum da ist. Ach so, okay. Aber sein Kollege, das ist der Baum auf Osten. Ja, ich kann leider da nichts machen jetzt. Ja, aber ihr seht ja, wenn einer hingeht. Haben wir ihn getroffen einmal? Beim Baum da, ne? Ja, genau. Nice. Nice, super. Ja gut, das sind meine Jungs. Okay, weiter, 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 nicht zu lange aufhalten. Denkt dran, wir haben von hinten auch noch Leute. Die haben die Schüsse gehört. Einer lebt aber noch, ne? Ihr müsst aufpassen, der ist irgendwo. Das waren zwei, die abgehauen sind. Hinten links vor allem, Dennis. Ich sehe auf dem Nordosten ein Jeep. Das sind die, die gerade hinter uns geschossen haben. Die werden jetzt da reinfahren, Leute. Die Zone ist unterwegs. Ah, ich sehe den anderen. Warte mal. Boah, Alter, wie weit... Der kriecht da hinten. Denkt dran, wir müssen gleich wirklich weit, ne? Okay, 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 nice. Oh, da kriecht einer, Ben. Wo denn? Vor mir. 60 Grad. Ist jetzt wieder aufgestanden. Läuft jetzt zurück. Jetzt im Auto, ne? Nice, Ben, super. Okay, wir müssen da hinten das Auto holen. Ja, der ist ein Auto, man. Mega nice. Ja, der war das mit dem Auto. Der wollte gerade reinziehen. Dennis, guck mal jetzt links noch mit, ob hier links irgendwas ist. Ja, 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 ja. Zwei Airdrops vor uns aller Katz. Ja, scheiß auf die Airdrop... Obwohl, scheiß mal nicht drauf. Wir können vielleicht überlegen, aber... Kannst du die upaimen oder so? Wir können die upaimen, genau. Dennis kann die upaimen. Aber lass uns erst mal das Auto safen. Ich hoffe, ich habe den Reifen jetzt nicht plattgeschossen. Links ist hier irgendwas? Ich gucke die ganze Zeit links, Jungs. Bei uns. Auf jeden Fall, der Spieler hat rechts gesehen, aber weiter weg. Okay, ich schaue kurz, was der hat und dann könnt ihr looten. Ich brauche auf jeden Fall... Benno, du brauchst wahrscheinlich eine Visier, ne? Ey, der zwei Vierfach-Sucher, nice. Der hat noch eine K. Nimm die Munition dafür mit. Ich will die K nicht. Ich will die nicht. Munition hat er auf jeden Fall auch. Nicht zu lange bleiben. Bist du immer noch auf der linken Seite, Alter. Was? Pfanne. Willst du die K mitnehmen, Ben? Ey, mach du mal gerade. Ja, scheiß auf die K. Ich nehme die nicht. Ich nehme die nicht. Ich will die gerade nicht nehmen. Okay. Ey, der Motorrad kommt auf der rechten Seite, aber da sind immer noch Schüsse. Okay, wie sieht es aus mit der Zone? Wo müssen wir hin? Okay, wir können... Wollen wir vielleicht gucken, dass wir hier hinfahren? Wo ist der denn der Typ? Ja, genau. Das würde ich auch machen. Aber ich weiß nicht, wenn ich ankommen, ey. Ja, dass wir halt außen lang fahren, weißt du, Ben? Ja, gut. Klar. Okay. Hat der noch Benzin? Warte, eine Sekunde. Ich gucke gerade was. Okay, wir haben nicht ewig Zeit, ne? 46 Sekunden haben wir noch. Hier ist noch ein Erste-Hilfe-Koffer, Ben. Brauchst du die nicht? Dann nehme ich die mit. Ich habe sechs Stück oder fünf oder so. Okay, alles klar. Kali oder so einen scheiß Salam? Ne, ne, leider nicht. Aber die K. will jetzt keiner nehmen, oder was? Ne, ich will die nicht. Ich brauche die nicht. Okay, go, go, go. Okay, dann komm ab in die Kiste und go. Gib mal Gas, Baby. Es gibt Gas, das macht Spaß. Okay, wir fahren von links rein dann, ja? Könnte man mal sagen, wie viel ihr jeden so weggeholt habt? Von uns so, du hast ein oder zwei, ne? Nein, ja. Sorry? Ich habe drei. Ich habe auch einen, also haben wir fünf Leute schon geholt. Okay, nice. Okay, pass auf. Ich baue jetzt. Dangerous, hier ohne Ende. Einen Schlüssel? Ja, ja, wir düsen da hoch zu den Häusern. Oder? Oder? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Weißt du auch, oder? Ja, dann können wir da immer noch rüberlaufen. Vor uns auf jeden Fall Schlüsse. Ja, hier können wir aber nicht anhalten, weil wir halt mitten in der Zone sind, ne? Ne, ich fahre natürlich, komm. Mal irgendwo hin jetzt. Da oben zu den Häusern. Da oben zu den Häusern. Zur Not fahr irgendwo hin, wo wir die Karte noch erstmal dran haben. Ja, ja, genau. Erstmal auf den Hügeln und dann Bäume. Weißt du? Ja, klar. Genau. Häuser oder hier Hügel? Mir ist egal. Oder? Hier so ein Hügel rauf. Fahr mal weiter, 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 weiter. Fahrt zwischen den beiden Hügeln links, hier oben links. Ja, hier ist schon gut, weil wir hier die Klippen haben. Ja, guck mal, dass wir hier halten, oder? Dann können wir uns hier erstmal positionieren. Guck mal, hier haben wir nach allen Seiten haben wir die Deckung. Okay, passt aber auf, hier sind oft welche, ne? Da müssen wir aufpassen. Ja, klar. Gute Pose, gute Pose. Wir müssen halt die Häuser hinter uns, 60 Grad, die wir markiert haben, müssen wir im Blick haben. Unten, äh, äh, rote Häuser. Zwei Stück. Haben einen getroffen. Oh, ich werd beschossen. Von wo, von wo? Ja, es kommt von unten. Ich glaub von den Häusern. Okay. Nee, von links. Na, energy, hau ich mir rein. Falls noch jemand braucht, sag Bescheid. Ja. Ich hab... Okay Dennis, pass auf, der hat auch eine SKS, glaub ich. Ja, ich weiß auch wo der ist. Okay, zonmäßig wurde wieder aktualisiert, ne? Das ist halt offenes. Unten an der Scheune ist der. Offenes Feld. Komplett offenes Feld. Müssen aufpassen, dass von oben keiner mehr kommt vom Berg. Scheune, echt krass. Äh, unten, also bei Nordosten, da sind die roten Häuser und da ist eine so eine kleine Scheune. Da ist auch einer. Ja. Okay, jetzt... Okay, guck du mal da und ich guck dir auch noch mit links. Ne, das hier woanders auch noch. Weil hier sind großartig. Eine Minute haben wir Leute. Ja, jetzt. Ja, wir haben auch ein Auto, ist alles diesen. Ja, aber das ist offenes Fels, da brauchst du mit dem Auto nicht hinfahren. Hey, meinste? Ich werd beschossen. Ich weiß nicht von wo. Ja, vom Haus oder was. Ne, der Schuppen ist es auf jeden Fall nicht. Oder? Ne, genau nicht. Ne. Ja, ich glaub auf jeden Fall auch aus der Richtung. Ja, das ist alles aus dem Haus. Ja, ja. Wir müssen eigentlich hier weg. Weil das bringt nichts. Die müssen sowieso kommen. Nur die Frage ist, wie kommen wir müssen halt... Hey, die müssen ja nicht kommen. Die gehen einfach gleich da hinten rüber. Oder was meinst du? Ich hab da grad jemanden gesehen, glaub ich. Äh, 15 Grad, da laufen zwei in die Zone rein. 22 Sekunden, Leute, ne? Ja. Wir sind jetzt runterlaufen, echt? Ja, wir müssen ja, wir müssen ja hier runterlaufen. Ey, da, äh, bei der Zone ist auch, beim Wachtturm, hinterm Wachtturm, 240 Grad. Der wird auch grad beschossen. Wenn wir grad hier runter gehen, hier ist eigentlich gute, gute, gute Stelle, Leute. Okay, ich hab die Herren gesehen. Zone kommt, Zone ist unterwegs. Erst einfach hier lang gehen, Dennis, glaub ich. Ah, fuck, mich hat's erwischt. Ah, fuck, Alter. Kriegen wir den noch? Von der Zone her? Ne, ne? Ne. Ach, Mann, da war jetzt zu viel. Äh, die kommen hinter euch, die müsst ihr aufpassen. Von wo? Ähm. Ich weiß nicht, von wo geschossen wird, das ist das Problem. Äh, aus Nordosten. Kann man sich hier irgendwo noch in Sicherheit begeben gerade? Ja, hier ist eigentlich, hier ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Zu viel gewollt, Leute. Vor uns, vor uns zwei Stück, Leute. Äh, Nordosten, also äh. 2,40 Grad. Von hinten kriegt ihr auch's Besuch. Da kommt einer. Zwei kommt von hinten. Ja, ja. Einer ist jetzt an unserem Auto. Die kommen jetzt oben langgelaufen. Aufpassen. Einer von denen ist zwei. Ah, einer ist ausgelockt. Nice, nice, nice. Ben, hier rechts, rechts, unten, unten. 345. Recht close. Ah, du wirst noch ein Sniper beschossen mit eurem Lenker. Ah, Mann, Alter. Ja, ja. Da war noch ein Sniper auf der gegenüberliegenden Seite. Schade, aber für die erste Runde war das mega gut, ey. Oh, okay. Oh, okay. Schönes, schönes, knackiges Ründchen, Freunde. Ja, sicher. Ja, Vault Das. Ja, aber noch ein Sniper. Ich rege熱 dich und deine Sniper. Ich Neil, operatione und habe mich visitiert. Ja, ich sucks. Vielen Dank.